hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von seven roses darkness rises ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen wenn nicht entschuldige ich mich dafür aber wenn man es nicht besser weiß ist es halt so so an dieser stelle bevor ich es vergesse wieder möchte ich mich bei lasse bedanken dass er mir das spiel gesponsert hat vielen vielen dank hierfür mit der hecke schere kann ich doch stimmt dass du bist du bist du bist du bist du nicht mehr so haben wir im mode briefkaste repariert das ist auch nur was sleeping potion ok die schliebe schliebigen potion bringt mir aber nicht viel ich glaube die sleeping posen muss das fleisch oder lange bringt man nix doch das hat geholfen wenn ich jetzt das liebe müssen feuer machen hey gut job amy eine neue kohle zu ist ja ist klar natürlich kann man das hingelegt dann irgendwie so ganz seltsame auge ist der klub schon das kann man auch bestimmt jetzt das schlafrühvertrag mache das bringen wir dann der menschen arre und er wird an europa denke ich mal über große eidex habe es doch gewiss das auto sind er muss ja die meckleite trache töte manche leute wohnen drachen zu hause ok da haben wir ein anderes material was wir hier noch so ist was was ich mitnehmen kann ok wir müssen wir die teile suche ok mit der schraub kann ich auch bestimmtes reparieren manche zittern kann ich auch bestimmte sack auf schneide man kriege sprot mit dem brot muss doch bestimmt angeln ok da muss schon so viel schule gut ich brauche noch hake hatte hake ist da das amulett holen und mit dem amulett kann ich das dort drauf machen kann ich gleich perlen 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 oder ist es gar nicht ja was haben wir hier ich glaube hier brauchen wir die perle oder auch nie oder das ist so so ok ich glaube es krieg sein ok ich gehe der umständliche weg jetzt oder ist er nicht umständlich an der falsche richtung zurück und schon haben sie beide da wo man sie haben wollen jetzt okay wir haben ein weg freigemacht da bist du denn madame everwind also everwind naja bestimmte höhle trainieren lässt ja eigentlich sieht es aus ich muss jetzt die verbinde was feines die zwei werden danach zusammengehören ja wir haben okay ja da müssen wir hier potions so also heilt renke und so sache immer los ich tippe mut ruft dass uns der magier bei der helfe kann oder können wir jetzt hier was tun da können hier noch sache mit einem netz kann ich das kann ich hier noch was mitnehmen bin ich so frech kann ich nett aber das ist nicht das problem da kann ich auch nichts tun da gehen mal zum magier vielleicht vielleicht weiß da ja was du machst noch das ist gut jetzt weg da brauchen wir immer noch schlüssel und das war das war das teleskop ich wollte eigentlich zurück zurück müssen wir doch vielleicht und über die stadt jetzt oder was also das hat irgendwas damit zu tun aber ich weiß nicht wie ich dran kommen ist aber nicht schlimm habe ich schnell reise karte natürlich habe ich keine schnell reise karte das heißt wir müssen uns überall durch drücken weiß noch eins zurück weil ich gehe jetzt davon aus ich kann jetzt hier irgendwas tun weil ich habe jetzt jetzt warum habe ich jetzt überall so rote range ist doch kacke was ist wenn hier so one eye spy glass also wollen zwei klas dass du eigentlich pensel pensel ist ein pinsel oder kartebare stift sind so pipe pipe ist rohe okay das war das eine duck haben wir schon noch eine ente three books one ein buch zwei buch drei bücher golden coin den lachten schon die ganze zeit an ein apfel dann haben wir acht die fünf hat mich auch schon der ohr gelacht jetzt müssen wir nur noch aus rohe finden und die ente die ente war ich doch habe ich schon immer gerade schon gesehen aber jetzt die ente 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 wo habe ich dich gerade als auto vorne genau mit dem bild okay jetzt müssen wir nur noch aus rohe suchen und ich gehe davon aus dass haben sie irgendwo so hingelegt dass mein man das gehört dazu wo haben wir ein rohe 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 hat sich das wohl versteckt menschens kinder kann da irgendwo hier sind ich habe ich habe die vermutung war dass wir irgendwo hier aber okay jetzt haben wir die drei bücher gekriegt die passen doch bestimmt hier rein jetzt müsste es alles ich gehe davon aus das ergibt alles das wird wahrscheinlich ganz links aus so gehört das dazu weil die passen hier zusammen halte wie die immer das rum machen oder gehe ich davon aus dass gehört auch noch dazu so wir haben immer noch zwei also passt das wahrscheinlich ja äh so bin ich mir nicht so sicher ob das so das stimmt könnte desto passen äh ne das sieht nicht besser aus aber das sieht so aus ob das dahin gehört und das sieht aus ob es daneben gehört so und jetzt dann noch die beide tausche und das stimmt nice ich liebe hier sowas häuser mit geheimgänge und sache das brauchen wir das buch ah ok das sieht jetzt wissen wir was wir alles brauchen für den krank und die hand schon noch mal noch mit jetzt gehe ich mal davon aus dass ich mit der handschuhe also entweder nämlich die handschuhe ja ich muss die handschuhe nehmen das raus gut jetzt brauchen wir noch den pilz und die blumen und die blume habe ich ja auch schon gesehen äh irgendwo vor darüber oder ist nur was das kann ich machen oh mushrooms einmal pilz zweimal pilz dreimal pilz viermal fünfmal sechs na komm her und dahin ist es wir haben den pilz jetzt muss ich da hin hin und jetzt gehe ich davon aus dass schon mit dem netz holen kann oder nein wie kriege ich den jetzt äh i need the flower flower ja i need the flower but use not a bloom ok hm ich brauche das wenn es blüht aber wie kriege ich das zum blühen wie kriege ich das zum blühen wie kriege ich das zum blühen irgendwas brauche ich wieder hm aber was äußern kann ich die dinge ja die dinge kann ich mir nicht mehr gut das fehlt mir nur noch ah stopp den kann ich auch bestimmt auch schon da hinstellen oder ne net hier kriege ich jetzt das ding zum blühen ne die bringt mir doch hier nichts mehr irgendwie muss ich doch zum blühen kriege die blume aber wie ein niete flower putte uses will also ist es bringt mir nix wenn sie blüht zurück das war deine hilfe top hilfe top echt top hilfe hm ah der drache kannte ich noch ah warte mal ich kann doch bestimmt oh ne irgendeine must be careful ja ok also hier kann ich noch mitnehmen denn kann ich nicht fessele das funktioniert empfangen kann ich denn also aufpassen also irgendwas müssen wir noch mit dem jahr aber im moment kann ich schon nichts damit tun kann ich hier was tun außer special power work okay auch spezial power dass ich da durchkomme bringt mir nix ach jetzt ist er tote keule keks äh da 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 mein necklace ja klar muss er täuschen heizkümer schlüssel gut das ist jetzt praktisch unruhe karte ach ja warum ist das immer alles auf englisch mein steuerster schlüssel dann können wir gleich benutzen zack das dürfen wir erinnern jetzt wird es bestimmt witzig da drin so wir haben hier ein schönes bild ne kerze ist doch schon mal was so was haben wir noch ne tischdecke ne ah warte mal ich kann das da rein tun just two more things and ready to mix the potion ne aber was brauchen wir für die potion der elder used the table to set potion okay kann ich was da hinlegen nein das auch nicht ah hier kann man materiale holen 5 bottles das ist eine flasche das da hin das ist eine flasche da ist eine flasche drin äh im section wird noch eine flasche sind denke ich mal die sehen witzig aus die kleinen Würfel da sind noch mehr von der kleinen wo ist noch eine flasche wo kann die irgendwo hier hinten dran sind oder hm wo ist noch eine flasche leck guck die mir nicht cool hm bottel 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 ist hier irgendwo was was ich noch benutzen kann alle dinge dass durch immer irgendein kram bei mir in der linse rum springt ich lass mir mal helfen da habe ich doch drauf gedrückt ach du hin und dran das hat ausgesehen ob wir okay alles gut nochmal mein ding da drauf so so und nun so das brauchen wir nicht äh die Schuld get cauldron ready first was noch irgendwas da drauf ich wollte ich wollte cauldron ready first okay anscheinend muss ich jetzt noch feuer machen das heißt ich muss jetzt erstmal zum drache zurück weil ich gehe nicht davon aus dass ich großartig hier was tun kann und ich brauche wahrscheinlich zur drache ne ne kann ich sag ich hier am lager feuer machen ich kann es hier am lager feuer machen wow und das kleine katze auch zumal jetzt muss ich hier erstmal feuer hinkriege glaube ich jo hammer okay das war kreis und äh das da äh dreieck schräg das da dann das und als letztes dreieck mit punkt und noch was ah die eine da haben wir das jetzt alles kann ich jetzt ach nochmal okay okay i did it my voice wizard potion okay so mit dem ding wizard potion kann ich doch stimmt entweder warte mal jetzt müssen wir wieder zurück zu der blume du mich blum dich wirst du jetzt ist das jetzt echt dass ich jetzt das ist das gegen mädel für ist sie okay vielleicht ist das ach du wirst ach ich muss mal öfters den kram durchlesen oder jetzt wie hier wie du ne wirst du denk ich mal aber der ist ja weg äh ah ne stopp bin ja du bescheuert ach ja doos ja ich brauche noch die blumen und das bringt mir nix also okay das war er in die grenzen was er pfeift ja ey der typ war letztlich gut was weg anscheinend gut hier ist nichts hier kriege ich auch nichts mehr aber wie krieg ich jetzt ne da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin vielleicht finde ich im haus mal was weil es ja oft so dass man hin und her rennen muss da habe ich alles soweit vielleicht aber da überall der rote kram du das ist so eckerlhaft eckerlhaft so komme ich nicht weiter mhm so aber in diesem sinne bedanke ich mich bei euch fürs zusehen ich hoffe ihr habt genauso viel spaß wie wir oder wie ich besser gesagt haut rein genießt den tag und wenn ihr es noch nett gemacht habt bitte abonniert mich gebt mir einen daumen hoch schreibt mir was noch in die kommentare ich freue mich noch mehr drüber in dem sinne haut rein und tschüss boys